Bruder, wie hat er geschnippt? Das hat bei mir zu Hause auch geschnippt, Digga. Seid ihr dumm? Ja, ernst. Wo ist die Strafe? Was geht auf dem Family? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Es wird heute wieder schmerzhaft, denn wir spielen das große Wortspiel. Es gibt ein Oberthema und dann muss jeder Spieler zu diesem Thema das passende Wort aus dem Alphabet finden. Und wer als letztes übrig bleibt, der kriegt eine Strafe. Man hat immer nur 10 Sekunden Zeit. Ich sage mal, wie immer, lange Rede, gar kein Sinn. Lasst uns beginnen. Let's go. Mit Berühmtheiten. Cristiano Ronaldo. P. Didi. Donald Trump. Michael Jackson. Lionel Messi. Eminem. Britney Spears. Hitler. 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 Hast du nur Hitler gewagt? Digga, er ist Hitler. Tina Turner. Das wäre jetzt mir eingefallen. Ariana Grande. Welche Buchstaben gibt es noch, Mann? Rihanna. Frank. Nelson Mandela. Oh, yeah. Von Hitler auf. Walter White. Walter White. Ey, Walter White ist die Figur. Das ist nur ein Rühmteil. Eddie Krüger. Janett Jackson. Was? Ja. Janett Jackson. Obama. Ja. Ey. Insko 21. Äh. Kevin Corani. Was sind das für? Ja. Steve Urkel. Ich habe keine Dicksal mehr. Was soll das? Nein, ich hätte dir was sagen können. Ich hätte dir was sagen können. Wenn in Regeln steht, dass der Letzte ... Ja, ey, wenn das in Regeln steht, dann ist so, aber ... Steven liest grad die Regeln. Ey, das ist berühmt. Wenn alle Buchstaben ... Das bedeutet, Freunde, es geht jetzt weiter in eine Verlängerungsrunde mit einem neuen Wort. Und diesmal muss man zwei Sachen drücken. Um bei dem Beispiel Berühmtheiten zu bleiben, müsste ich jetzt sagen, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi. Ah, in zehn Sekunden. Und dann müsste ich drücken innerhalb der zehn Sekunden. Okay, habe ich verstanden. Ah, ich bin so froh, dass ich mich gesaved habe, Digger. Wooo! Ein Hoch auf das Regelwerk. Hip, hip. Hurra. Hip, hip. Hurra. Danke. Bitte. Ich nehme, damit es auch eine Stellungnahme ist, Politik und Politiker. Ja, mach einfach Politiker. Also keine Partei. Nur Politiker. Ja, okay, okay. Du musst davor. Donald Trump und Merkel. Ich wusste nicht mehr. Obama und Hitler. Ähm, wie heißt der? Joe Biden und ähm. Ja! Ey, das ist eigentlich unfair, Digger. Waren wir noch zehn Sekunden? Wie schnell ging das? Ich glaube, ich habe mich gedrückt. Ja, dann ist Steven auch straffend. Was? Darf ich eigentlich eigentlich? Aber musst du nicht, oder? Doch, du musst es drücken. Wenn du weggehst, musst du drücken. Und er hat seine eigene Regel gefickt. So, und wisst ihr, wie wir das machen? Ich habe mir das ganz genau überlegt. Jeder kriegt sein eigenes Gummiband, damit die nicht vor Embry-Lux-Erscheinungen haben. Aber ich hätte es ja gar nicht mehr schaffen können. Ja, focus on. Und ihr wisst, was jetzt wieder kommt. Meine Freunde! Komm mal, du darfst mich krieg's haben. Nicht antäuschen, ne? Einmal und das war's dann. Das hat echt weh, Digga. Er hat immer noch Abdrücken vom letzten Mal. Und jetzt kriegt er den nächsten Abdruck. Das ist nicht so schlimm wie letztes Mal, aber die Zwiebeln auch. Das Kobi war so natschig. Du bist mein Bruder, vergiss es nicht. Ist das noch vom letztes Mal? Ja. Oh, shit. Der war am schlimmsten von einem. Der ist jetzt? Oh, das würde ich mal hoch. Wohin? Muss einfach ab. Zieh richtig hoch. Richtig weiter, 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 weiter. On the road again. Ja! Das werden neue Dinge. On the road again. Künstler, Musikkünstler, musikalische Künstler. Okay, okay, okay. Okay. Rihanna. Krank. Wie oft haben wir Rihanna schon gehört? Warte. Bist du, Mann. Kendrick Lamar. Krank. Krank. Michael Jackson. Taylor Swift. Zido. Bushido. Drake. Hm, stark. Äh, Lilluane. Äh, Fugees. Ohne gucken, so ein Schummler, Digga. 50 Cent. Wegen Cent. Was? Ja, 50 Cent, natürlich. Was? Natürlich 50 Cent. Ist ein Künstler. Hat er C gedrückt? Ist ein Künstler. Heißt der Cent 50? Nein. Junge, 50 Cent ist richtig. Nein, nein. Junge! 50 Cent ist ein Künstler mit C. Seid ihr dumm? Ja, F als C. Was ist sowas, wenn du sagst, Marc-Handry? 50 Cent ist die Zahl, Cent ist doch das Erste, was ausgeschrieben ist hinter der Zahl, ihr Hauptziel. Nein, du bist Safe-Strafe. Aber sein Schmissnam ist Füfti. Füfti heißt er. Er heißt nicht Cent. Füfti heißt er. Füfti ist Safe-Strafe. Wo ist die Schrafe? Holt mir das Cäsar. Das wär dran gemacht, ein kleines Stück und dann abgezogen. Aber an Haare oder an Haut? An Haut. Hier. Ey, nicht mit so kranken Gartstreichen. Ich traf ja nicht. Zieh ab! Aaaaaah! Zieh ab! Zieh ab! Zieh ab! Zieh ab! Zieh ab! Zieh ab! Nein! Ich hab keine Haare da. Ich hab keine Haare da. Ich hab keine Haare. Ich hab keine Haare da. Leg drauf! Aaaaaah! Trotzdem Angst. Ich hab trotzdem Angst. Aaaaaah! Glaub mir, ich hab auch Angst. Aaaaaah! Das tat schon ein bisschen weh, Digga. Wir sind auch ein paar Haare. Übertreib direkt. Ey, ey. Man muss das in Relation zu den Haaren sehen. Aber warum streicht das so lange Glattiger? Ey! Ey! Aaaaaah! Das tut gar nicht weh, Digga! Dan! Aaaaaah! Alles gut! Aaaaaah! Enttäuschert! Aaaaaah! Digga, jetzt hab ich langsam gezogen. Okay, gegen uns. Gehen gut, gegen uns. Alles gut. Falls man das sieht. Körperteile. Körperteile? Ja, es gibt nicht so viele. Oh, Scheiße, ey! Oha! Was? Oha! Bein! Äh, Auge! Nase! Mund! Stirn! Boah! Mh, Knie! Äh, Penis! Fuß! Aber das hat nicht jeder! Das ist ein Körperteil. Warte! Zehn Haare? Ja, ich sag Haare! Hä? Haare, Körperteil! Haare, Körperteil! Nimm schnell neues! Nimm schnell neues! Ähm, 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 Rücken! Boah! Wie hat er es geschafft? Segel! Titten! Ja, okay! Zeistusen! Äh, Gluteus! Krank! Daumen! Ellenbogen! Boah, was lang ist denn? Krank! Oh, Segel! Vorbei! Tschüss! Äh, 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 äh! Du hast keine Recall. Aaaaaah! Ey, die 10 Stunden? Ich wusste keins! Oh mein Gott, da hast gar keine Gnade, Digga! Digga, echt zu... Aaaaaah! Oh! Oh mein Gott, du bist! Blöder, 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 Digga! Bruder, wie hat er geschnippt? Ich schwör, das hat bei mir zu Hause auch geschnippt, Digga! Sorry, Mann! Ich hab's schräg gemacht, kurze Schmerzlüsse. Oh, der war nicht so hart. Hab's trottet? Nicht wirklich, nein, nein, nein. Er sagt, mach noch mal Ehrenmann. Oh, Digga, ich krieg's in den Stimmen. Keiner war so schön wieder von außen. Farben. Oh, grün. Äh, blau. Äh ... Aquamarine. Neongelb. Alter. Pink. Rot. Äh ... Hockargelb. Uah! Was? Königsblau. Oh, ho, ho. Weiß. Weiß ist kein Farbeskontrast. Indigo. Nein, weiß ist kein Farbeskontrast. Indigo? Lila. Was hast du gesagt? Liga. Lila. Boah. Warum ist Gelb wieder da ... äh, äh, äh ... Digga ... Lila. Ich hab's dir gesagt. Äh, war schon. War weg. Lila war schon. Out. Fuck, Digga. Du hast Glück gehabt, du hast Glück gehabt. Out. That's true. That's true. That's true. Holt den Klochenöffel. Was meinst du? Oah, ich wusste keine Farbe mehr, Digga. Ah! Hä? Scheiße. Erwart noch, das klatscht, Digga. Erwart noch, das klatscht, Digga. Ah! Scheine. Ey, ich schwör, ich dachte, das klatscht. Bruder, das tut so weh, Digga. Das tut so weh. Wartet ab, bis ihr dran seid. Ich schwör, ich brech diesen Löffel, weil ich so doll schlage, ihr kleinen Wichser, Digga. Merkt euch meine Worte, Digga. Den, 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 bitte, den, bitte. Es gibt noch eine Runde, wo ihr verlieren könnt, ich werde euch quälen. Ich sag jetzt schon. Ich sag jetzt schon. Europäische Städte und fang da an mit, Digga, Hamburg. Verloren. Städte. Verloren. Rom. Verloren. Europäische Städte? Verloren. München. Oder? Bremen. Digga, die sind wie zehn nur deutsche Städte aus. Frankfurt. Junge. Äh, Warschau. Krank. Europäische Städte. Paris. Osnabrück. Junge. Digga, ich schwör, ich spreche dir den Unterarm. Du bist mir so leid, Digga. Ey, Leute. Tschüss. Weg. Sachsen. Was? Tolle Stadt. Nein, nein, nein. Sachsen ist keine Stadt. Ehrlich? Weißt du noch, wie doll du mal gemacht hast, Digga? Ich denk dir wie ein Mann. Ich denk dir wie ein Mann. Er denkt wie ein Mann. Alles gut. Alles gut. Nummer eins. Boah, Oskar hat doll gemacht, Digga. Ah! Vergeltung. Ah! Boah, also es abrutscht. Also es ist okay. Niemals so schlimm wie der Alex Lampen. Niemals. Wir spielen jetzt etwas Beängstigendes. Aber es kann noch alles sein. Ja, aber ihr müsst euch etwas Gutes ausdenken, oder? Es kann nicht alles sein. Ich sage, wir fangen an mit einem Löwen. Äh, Monster. Okay, äh, Dunkelheit. Monster gibt es nicht. Dunkelheit auch nicht. Spinnen. Ratten. Insekten. Oh, ja. Bär. Ich schwöre, ich würde Bär nehmen. Höhe. Herr Tee, willst du nur Tiere auf, oder was? Mach, komm, komm, du hast verloren. Kakerlaken. Was? Dringlich beängstigend. Entschuldigung. Clowns. Clowns? Clowns. Clowns sind richtig cool. Clowns sind echt beängstigend, Jungs. Ich bin ehrlich. Feuer. Feuer? Manchmal machst du Feuer. Natürlich. Oh, nein! Ja! Ja! Geschwänster! Ich habe schon Monster. Was hast du? Ich habe Geschwänster. Oh! 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 Ja! 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 Basta einstruck an, Adegaard. Stevdegaard. Stärvdegaard. Oh, mein Gott. Ah! Oh, das macht mich mal. Ah! Oh! Oh, mein Gott! Oh. Oh, shit, es ist das. Oh, shit. Oh! Fuck. Hey, du warst nicht auf den Rogues. Tiga. Ohohoho! Ahhhh! Ach du! Ahhhh! Ich glaub, das hat mehr weh. Warum macht er genau so weh? Ahhhhh! Ahhhh! 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 Ich glaub, ich muss anderen Arme halten. Ahhhh! Ahhhh! Mal selbe Stelle, Digga! Mach mal an der Stelle, er tut mir voll leid gerade. Krass, Digga, Mann. Ahhhh! Digga, sorry, Mann! Digga, dein Sorry ist so ein Blipp. Warum? Auch Freunde, das war das Schmerzhafteste. Ey, ich schwitz so krank. Durch auch, ich muss kurz raus. Lustigste Video. Ihr könnt natürlich den ganzen Leuten hier folgen. Denn es war wirklich sehr, sehr witzig. Und einen Daumen nach oben da lassen. Schaut gerne bei Ihnen vorbei. Dodo Wing Dan hat auch einen YouTube-Kanal. Fitness Oskar. Und hey, Cesar, da kommt was ganz Gutes auf euch zu. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Peace.